Hey Leute, ich bin gerichtet für die Party, ich muss jetzt los, Nathalie wartet schon auf mich. Ich gehe so feiern, ich habe meine Schuhe blitzblank geputzt und ich habe meine Haare mal geglättet. Also ihr Lieben, vielleicht mache ich nachher noch eine Story, ich muss jetzt echt los, die wartet auf mich und ich bin schon richtig spät dran, die Arme. Aber sie ist nicht so empfindlich wie andere Leute, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Abend und macht was euch glücklich macht, bis dann, ciao. Hey Leute. Guten Morgen, wir haben einfach schon, wie viel haben wir denn? Halb eins und ich bin so fertig. Wir haben gestern wieder so viel getrunken und laufen einfach jetzt durch Freiburg und müssen noch nach Hause. Hey Leute. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Ich bin so fertig. Hey Leute. Ich hatte gerade die beste Perspektive ever. Aber nicht. Aber was soll's. Ja, meine Handyhalterung, das ist halt so unvorteilhaft. Aber die Lieder sind so geil bei BigFM, die laufen. Oh mein Gott, ich habe immer so gute Laune. Und wie ihr seht, ihr seht nichts. Ich habe schon wieder meine Fingernägel nicht geschafft zu machen. Katastrophe, Leute. Wirklich. Ich komme einfach nicht dazu. Ich wollte eigentlich gestern meine Fingernägel machen, aber dann habe ich sie doch nicht gemacht. Mein Vater regt sich gerade auf. Mein Vater hat sich gerade leicht aufgeregt, dass ich eine Motor habe laufen lassen, um eine Story zu machen. Deswegen bin ich jetzt rausgekommen und draußen eine Story. Wenn es jemand sieht, dann ist es halt so egal. Also ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Meine Hände zittert voll.